Die Technologie der Zukunft wird es uns in einem noch nie dagewesenen Maß erlauben, neue Welten zu erkunden und unser Leben zu verändern. Aber eines wird sich nie ändern. Wer wir sind. Von Geburt an war er darauf programmiert. Ein Bestandteil der unbesiegbarsten Armee der Welt zu werden. Hütte den Mann! Im Zuge des wissenschaftlichen Fortschritts. Wir sind mit Hilfe von DNS-Profilen künstlich erzeugt worden. War auch er irgendwann veraltet. Bessere Ausdauer, bessere Koordination, ganz neuer Standard. Was sollen wir mit ihm machen? Auf den Müll. Durch seine Ausbildung war er auf alles vorbereitet. Nur auf das eine nicht. Hier, auf einem entlegenen Planeten, wartet eine ganze Gemeinschaft von Ausgestoßenen auf ihren Tod. Ich will, dass der Planet bis 6 Uhr in unserer Hand ist. Sie verhalten wir uns bei Widerstand. Sie sind ganz offiziell als Feinde angestuft. Beschafft euch Waffen, es kommt zum Kampf. Wir müssen uns organisieren. Für diesen Soldaten könnte es zu spät sein, sich als Mensch zu fühlen. Woher wissen Sie, dass sie wiederkommen? Sie sind Soldaten, genau wie ich. Aber es ist nie zu spät, ein Held zu sein. Ich bringe Sie alle um. Kurt Russell Old Jam Untertitelung des ZDF für funk, 2017